Jahre später kommt das Ende von Mundlos und Böhnhardt in Streckta in dem Camper und ich sitze in Barcelona morgens und sehe am Nachbartisch die Bild-Zeitung, die wird aufgeschlagen und ich sehe die Augen von den beiden und sage, das sind die. Und in der Sekunde wusste ich, das sind die aus dem Gerichtssaal. Ich hatte das zehn Jahre verdrängt. Deswegen sage ich nochmal, was wissen wir wirklich vom NSU? Wir wissen Mundlos und Böhnhardt Schäpe. Ich habe Mundlos und Böhnhardt kennengelernt in einer Situation, die mir auf eine sehr schlimme Art. Es gab den Überfall des Rechtsterroristen Manfred Röder, Rechtsanwalt Manfred Röder, Rechtsterrorist, verurteilt, langjährig im Haft. Kurz nachdem er außer Haft kam, ist er hier nach Erfurt gekommen und hat die Wehrmachtsausstellung überfallen. Aber du bist so jung, ich merke das schon, nicht naiv, aber jung, dass du nicht mal weißt, was mit der Wehrmachtsausstellung damals los war. Da gab es Tumulte in Deutschland, da gab es Angriffe und hier in Erfurt ist die Wehrmachtsausstellung von Röder beschmiert worden und zerstört worden mit roter Lackfarbe, Lüge. Und es sollte unter allen Umständen nicht gezeigt werden, die Verbrechen der Wehrmacht in der NS-Zeit. Und ich habe Herrn Röder festgehalten mit der Spraydose in der Hand, habe ich ihn so festgehalten und dafür habe ich dann von ihm eine Anzeige gekriegt, ich hätte ihm Gewalt angetan. Er zerstört die Ausstellung und er sagt, aber ich wäre der Gewalttäter. Du bist gefährlich. Ja, ja, ja. Das passt doch alles. Absolut, absolut. Da war aber der Verfassungsschutz wieder nicht da, obwohl man ihn mal gebraucht hätte, weder um Herrn Röder festzuhalten, noch um mich zu beschützen. Das ist dann wieder so unfair. Jedenfalls dieser Röder stand dann vor Gericht. Und im Gerichtssaal war permanent zwei Typen hinter mir her. Und es hat mir so viel Angst gemacht, dass ich tatsächlich diese Angst in meiner Seele verschlossen habe. Und habe das weggedrängt. Ich wusste aber, in diesem Gerichtssaal hatte ich panische Angst als Zeuge. Ich habe auch zu der Richterin gesagt, ich bitte um ihren Schutz. Und ich weiß noch, dass sie ganz hilflos darauf reagiert hat. So, ein Cut. Jahre später kommt das Ende von Mundlos und Böhnerhardt in Streckta in dem Camper. Und ich sitze in Barcelona morgens und sehe am Nachbartisch die Bild-Zeitung. Die wird aufgeschlagen und ich sehe die Augen von den beiden und sage, das sind die. Und in der Sekunde wusste ich, das sind die aus dem Gerichtssaal. Ich hatte das zehn Jahre verdrängt. Dann bin ich los, habe Martina Renner in Erfurt angerufen. Das ist ja, Martina, das müssen die beiden aus dem Gerichtssaal sein. Und dann hat sie über den MDR die alten Filmmaterialien rausgeholt. Und tatsächlich, man sieht den Schwenk im Gerichtssaal. Röder auf der einen Seite, ich im Zeugenstand und dahinter Mundlos und Böhnerhardt. Und dann gehe ich aus dem Gerichtssaal raus und Mundlos und Böhnert direkt hinter mir her. Und deswegen wusste ich, diese kalten Augen waren mir bekannt. Und dieses Gerichtsverfahren mit Manfred Röder, also das ist so, dass mir heute noch eiskalt den Rücken runterläuft. Weil das ist nicht mehr die Frage von Faschismus als Meinung, sondern da ist Gewalt ausgestrahlt worden. Und da ist Gewalt auch verbal angewandt worden, um Leuten Angst und Schrecken zu versetzen. Und Mundlos und Böhnert sind immer hinter mir her gewesen. Und das Signal war, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst. In der Zeit sind wir zu Hause, da hat mein Hausmeister gemerkt, dass da Leute versucht haben, in meine Wohnung zu kommen. In der Zeit hat unser Gewerkschaftsbüro im Keller gebrannt. Da gab es einen Einbruch in meinem Gewerkschaftsbüro, wo meine Unterlagen gestohlen werden sollten und so weiter und so weiter. Also deswegen, wenn ich NSU höre, sage ich, wir müssen noch viel gründlicher gucken, was ist da wirklich geschehen und wie lange hat man auch Gewalt zugelassen, Sprengstoffanschläge zugelassen. Es waren ja nicht nur einfach dumme Puppen, die in Jena rumgehangen haben, sondern in der Zeit gab es auch einen Sprengstoffanschlag auf eine Ausländerwohnunterkunft. Das waren keine Flüchtlinge, das waren ausländische Arbeiter, die in einer Wohnunterkunft waren, ich glaube, Erntehelfer. In der Zeit gab es auch den Versuch, das damalige Hortenkaufhaus in Jena mit Sprengstoff vollzupacken. Man hat sogar beim Abriss noch Sprengstoff im Jenaer Kaufhaus gefunden. Da war sehr viel DNT im Spiel und die Frage, wer das alles mit Material versorgt hat, ist meines Erachtens nicht ausreichend geklärt. Das war sehr viel DNT im Spiel und das war sehr viel DNT im Spiel und das war sehr viel DNT im Spiel.